Hallo und herzlich willkommen zum GTS 2 Euro Truck Simulator 2 Ihr wisst, ich habe die Steam Version nicht, ich habe die deinstallierte Steam Version. Ich habe jetzt auf meine separaten, ist ohne mit Steam, also ihr seht, dass es jetzt anders aussieht. Da ist alles ohne Steam, das muss aktiviert noch werden, es muss noch gepatcht werden. Meine Mods fehlen auch noch. Ja, wir fahren hier nach Kassel, nach Dortmund, also ich muss hier Orangen transportieren, also richtig geil. Ah, flüssig ist das alles sehr gut, flüssig, so will ich das. Dann nächste Folge wird, ja, das nächste Petschein. Wie man den installiert. Den können wir zusammen runterladen. Den werde ich ja vor schon runterladen, wenn ich die Aufnahme danach starte. Für dieses Spiel, das bleibt zu heute. So. Oh, sorry. Der Archiver hat mit seinem Navi irgendein Problem. Danke. Aber es fährt zu fluffig, ist fett fluffig. Ist fährt schon fluffig. Steinbruch. So. Also können wir dann auf die Map mal gehen, dass jeder wisst, ich habe noch keine TSM-Map, also ich habe noch keine TSM-Map, das ist die Standard-Map, ja. Wo ihr gewöhnt seid, da sind noch Standard-Einstellungen. Es ist noch nicht so genug, sind noch nichts zugefügt, noch Ganze ist noch am Anfang noch. Graf-Einstellungen erweitert. Ich habe alles gestellt, das Grafikkarte so gestellt ein. So. Vielleicht fahren wir dann den nächsten Auftrag schnappen. Es kann ein bisschen lecken, aber das ist, das ist abrechner abhängig. Was ist das für eine Pillehube? Pillehube. Dortmund. Also meine Hauptstadt ist die, ja, die Hauptstadt Kassel. Meine Heimat, ne, nicht meine Heimat, sondern meine Hauptstadt ist Kassel, weil, die habe ich ausgewählt, weil, ihr da wisst, dass ich in Kassel, war nix für mich da gewesen. Es war kein, äh, Frankfurt kann ich auch wählen, aber. Dass ich Wien überall. Oh, Tuning Maze gibt's auch. Da muss man auch wieder Mods installieren. Muss ich mal gucken. Heute werden die Leute schneichzaffig. tagsaal rum. FAAR! so danach müssen wir dann abbiegen das heißt eine richtung dortmund geht da da mal schauen wir noch kurz kommentaren das geht ja mal schwer mit lkw spielen und direkt noch hier als ich keine ahnung so lässt lenken ich kaufe das spiel ist wenn ihr es kauft der 1.1 ist es ja vorher schon ist die version der schäfer händen handy weg von fahren aber egal ich habe viel zu viel geld hat ein bisschen geld aber das geld kann man sich auch frei spielen weil es alles lillet spielt also schieten kann man auch ist 60 vielleicht neue motors und also der ist nicht so rau einer irgendwas erkundet aber akatur okay abbiegen haben eine lieblings einfahrt über Meine Fresse Muss ich nochmal kurz ausholen Ein Moment Ein Moment Ein Moment Ein Willi Und jetzt Jetzt so mache ich das einfach Oh ey, das Einpacken Das kannte ich noch Da war ich immer im Akro gewesen Aber das ist ähnlich wie Keine Ahnung Perfekt Kein Wunder Kein Wunder, dass ich nicht schlecht einparken kann Meine erste Das ist deine Firmenzentrale Okay Leider, dass du dich abstellen kannst Ja, LKW, keine LKW Zu kurz fickt, danke Was davon Dortmund Bremen Das ist Heimhöfe Duisburg Oh Gott Warte mal Klack Köln Okay Den Nächsten Wir machen das so Ich verabschiede mich Ein kleiner Jetzt wie man das Spiel Danach Ich wollte ein kleines Video machen Wollte ein kleines Video machen Und ja Ich hoffe es hat Spaß gemacht Dann zeige ich danach Wenn man den Patch installiert Wie man das Spiel patchen kann Also das ist Petscher Und ja Tschüss Wiedersehen Tschüss